Hey, Internet und YouTube, zurück bei dem zwinkerten Skewer. Richtig? Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Ich hab was übersehen. Und zwar... War das... Unter verschiedenes... Irgendwie... Naja, die Ruinen von... War das das? Die Riesenblabla... Die Ruinen von... Bringen... Nein? Das ist mal Wurst jetzt. Ich glaube, das war das. Was ne Quest von... Donggold noch sein sollte. Donggold. Ah, Jesus. Sehen wir uns das an, würde ich sagen. Was bleibt euch anders übrig? Wie ihr könnt ausschalten, das Video? Hm, ne. Ich hab gehört, schlimme Dinge passieren. Wenn ihr meine Videos nicht komplett anseht. sieben Tage. Also, wenn ihr sie nicht anseht, sieben... Okay. Was ist mit dem Bild los? Irgendwie... hab ich diese Balken bei 16 zu 9 jetzt. Warum? Serana. Ich mache mir nichts aus der Sonne. Aber die wäre jetzt besser als dies hier. Warum hab ich diese Balken? Die 16 zu 9 Balken? Ich hatte die noch nie. Vielleicht wollte er einfach Limbo tanzen und ist dabei gestorben. Nein? Okay. Wo sind die verdammten... glaub ich bei... Duschen... 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 Ja... Duschen... Bosch jetzt. Okay, haben wir's. Oh, ich sollte jetzt... Oh, warte. Ah, Gott. Ich wollte mich eigentlich vorher lieber umziehen. Fällt mir... Ein. Meine Dad. Aber ich mag jetzt nicht wieder nach Hause. Hallo? Macht auf hier. Ihr habt gehört, hier ist alles supi? Wir werden euch nicht töten. Aber wir wollen hier keine Fremden. Verdammter Rassist. Oh. Ihr habt in unserer Festung nichts zu suchen, Fremdling. Ach, du bist ne Frau. Bist du hier die... Geht einfach, Fremdling. Alright. Einfach so geh ich auch. Hier rein? Oder... Wie sehen wir aus? Ich geh einfach. Geh mir einfach hier rein. Ich hab keine Ahnung, ob das richtig ist. Wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wie ne Loading Screen angeht. Yes. War ich hier nicht schon zehnmal? Ich geh hier komplett falsch, oder? Hi. Ihr habt kein Recht, hier zu sein. Dieser Ort ist für Orks bestimmt. Und für niemanden sonst. Fremden sollten lernen, nicht an Orte zu gehen, an die sie nicht hingehören. Du solltest nicht mit Fremden sprechen, denn sie könnten dir den Kopf abschneiden. Nur so nebenbei. Erweckt. Ohne dir jetzt drohen zu wollen, aber... Hier ist ne Schaufel. Ich dachte, es wäre ein Hebel. Was ist denn? Ich wollte doch gar nichts. Ich wollte kein E drücken. Was wollt ihr hier, Fremdling? Das weiß ich selber nicht. Wir wollen nichts mit euresgleichen zu tun haben. Ich bin hier sowieso falsch, aber ich hab die Mine gesehen. Danke. Hat mich sehr gefreut. War wunderbar. Haben wir das auch gesehen? War sehr interessant. Immer fleißig, immer arbeiten. Wir wollen nichts mit euresgleichen zu tun haben. Ich möchte nicht darüber sprechen, was ich hier tue. Denn ich bin nicht absichtlich hier. Fuck. Raus nach Himmelsrand. Genau. Ja, ist ja gut jetzt. Erkunde die Ruinen von Arkham Dams. Und ich bin... Ich brauch die Ruinen. Keine Mine. Ich hätte hier gar nicht rein müssen. Ich stecke fest. Ey, ja, die hab ich. Ich hab bessere. Ich bin doch schon weg und ich komme nie wieder. Boah, wie mich die aufregen. Ja, hinten sind die Ruinen. Jesus Christ. Und? Haben wir das auch gesehen? Ich war noch nicht dort. Ich wollte es mir ansehen. Vielleicht war das Absicht, YouTube. Aber nur vielleicht. Möglicherweise. Was? Rumpelt und pumpelt hier? Ach, du bist ein Böser. Gewesen. Ja, ich hätte auch hier rauf gehen können. Wunderbar. Arkendams. Warum wollte ich unbedingt in das... YouTube nicht nachdenken, okay? Denkt nicht darüber nach. Denkt mich, schade, der ist... Die Loading Screens. Kehrt um. Was? Machst du das? Ich kehre nicht um. Die ganzen Hardsch hierher. F5. Übrigens. Danke für den Hinweis. Bitte. Kehrt um. Bevor es zu spät ist. Ach, komm. Mausibär. Ich bin doch hier. Alles wird gut. Ich befreie dich. Ich hab's mir anders überlegt. Boah, siehst du. Was macht ihr noch hier? I want you. Lasst mich raten. Ihr seid hinter dem Schatz hier, nicht wahr? Wie all die anderen auch. Ich hab keine Ahnung, von was du redest. Ich heiße Katria. Ich bin... War... Eine Abenteurerin. Ich habe 20 Jahre lang Ruinen wie diese durchforstet. Ich war etwas Großem auf der Spur. Es führte mich hierher und... Ich... Hab es nicht geschafft. Sieht man. Oh. Ihr habt das Buch gelesen, nicht wahr? Die Ätheriumkriege. Das war meine Theorie. Ich hab's mal aufgeholt. Meine Forschung. Mein Lebenswerk. Ich hab's nicht so genau gelesen. Alles gestohlen. Gar nicht. Von meinem verfluchten Schüler. Und so bin ich hier gelandet. Ich fände keine Ruhe. Nicht ehe ich die Schmiede und einen Beweis dafür gefunden habe, dass sie meine Entdeckung war. Meine, nicht seine. Aber es ist hoffnungslos. Ich bin hier gestorben wie all die anderen. Kehrt um. Kehrt um, bevor ihr das nächste Opfer werdet. Ach Quatsch. Ich glaube nicht, du hast es schon einmal nicht geschafft. Also gut. Dann führt uns. Die Dunkelheit macht mir nichts aus. Aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Ist ja gut jetzt. Begonnen. Verloren in der Vergangenheit. Erreiche den Gipfel. Erstes Problem. Orientierung. Katria. Katria. Ich habe nicht die leiseste Ahnung von Navigation. Warum soll ich uns führen? Kannst du mir das logisch erklären? Du bist nicht einmal weit reingekommen. Da ist der Eingang. Du bist hier schon runtergefallen, Katria. Das ist doch... Du sahst aber gut aus. Habe ich Zwergenpfeil? Interessiert mich nicht. Das habe ich doch jetzt schon zehnmal, oder nicht? Silber Ring ist wert. Okay, dann gehe ich hier lang. I think. Aber soll ich das lesen? Tagebuch. Gottes Tagebuch. Diese Hinter... Diese hinterhältige Elf, sei verflucht, verflucht! Er stillt meine Notizen, meine Entdeckung und veröffentlicht sie unter seinem Namen. 20 Jahre meines Lebens habe ich in diesen Ruinen herumgegraben. Und was bekomme ich dafür? Eine Widmung. Freundin und Kollegin. Herrje. Er macht sich über mich lustig. Aber ich werde die sein, die zuletzt lacht. Darum mag meine Theorie an sich gebracht haben. Aber noch hat er keinen Beweis. Wenn ich die Schmiede als erstes entdecke, kann ich der Welt zeigen, dass dies meine Entdeckung ist. Das tut nicht seine! Das hast du mir eigentlich schon erzählt. Let's set. Blah, 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 blah. Ein Rätsel zum Kotzen. Oh, shit. Oh, shit. Wow. Ich kenne die Viecher, Katrin. Kein Problem. Ich habe tausende davon schon erledigt. Wahrscheinlich waren es noch einige mehr. Oh, oh. Und nun. Katrin. Und nun. Ich komme schon nicht weiter. Ich komme schon nicht weiter. Hier ist ein Schatz. Tolle. Tolle. Schatulle. Boah. Ich kann nicht mehr reden. Was machen wir? Hier raus? Hier rüber? Hier durch? Hier unten? Okay. Moment. Was nun? Ja. Es sah hier nicht immer so aus. Es war die best erhaltene Zwergenstadt, die ich je gesehen habe. Und dann kam das Erdbeben. Jetzt kann man sich glücklich schätzen, wenn man einen intakten Raum findet. Okidok. Ich würde hier gerne durch. Nein. Ich würde gerne hier durch. Nein. Hier durch? Wo würde ich denn gerne hin? Katrin? Wie kommst du hier oben hin? Wie hast du das gemacht? Einfach hier rauf? Das dachte ich mir schon. Schlau, schlau. Ich stürze. Nein. Wow. Macht. Katrin. Danke für nichts. Aufmachen bitte. Danke. Aufmachen bitte. Die Zwerge nannten sowas kinetische Resonatoren. Zumindest unter den Clans von Himmelsrand. What? Berührt sie einfach. Dann hoffen sie, was auch immer sie machen soll. Ähm. Berühr. Ich möchte hier raus. Was soll ich denn berühren? Kann ich dich berühren? Ja, jetzt ist sie offen. Oh Gott, das ist ein Rätsel. Oh Scheiße. Was macht das denn? Ich denke nicht, dass es hier riecht ist. Was ist was? Was ist was? Wo ist eigentlich... Wo ist der Schinken hin? Er fliegt schon wieder irgendwo hin. Es gibt hier noch einen anderen geheimen... ...gang. Es gibt hier keinen geheimen Gang. Und sie ist weg. Wunderbar. Durch. Lass mich durch. Huh. Warte. I don't know what to do. Ich hab nicht die geringste Idee. Ich hab's berührt. Ich eher... Ich gebe es ihnen. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Um, let me think about the situation. Let me think. Berührt sie. Was soll ich berühren? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Katria. Und meine Frau ist auch weg. Und wir sehen uns im nächsten Bad wieder. Ich... Ich muss mir ein paar... ...Zwergbücher hier besorgen. Ich hab keine Ahnung. Darf ich jetzt da drüben auch hoffen? Nein. Okay. Tschüss. Tschüss. Ha. Ha. Tschüss. McDonalds. ai. Vielen Dank.